So. Miau, 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 miau. Da sind wir ja gut durchgerusht eigentlich in dem Sinne. Jetzt machen wir erstmal die ganzen Nebenmissionen. Wir haben ja einige. Hier unsere Terminatormaus. Sie war der bessere Terminator von allen. Gut. Jetzt mache ich diese blöde Fahrzeugaufgabe. Wenn der Ellie frühstückt, dann beißt die einfach hier ein Stück von dem Metall weg. Hallo. Ist du noch an der Sache dran? Hey, lass dir Zeit mit dem Job. Hat keine Eile. Ja. Boom, 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 boom. Äh, öff. Ah. Ellie, wir müssen mal ins Haufen gehen. Dann gehen wir an der Dartscheibe. Dann wirft die den Dartpfeilen. Das ist einfach ein Loch in der Wand. Das ist nur der Wahrheit. Äh, ich brauche ein Auto. Jetzt machen wir ja ein bisschen Auto-Action. Was mache ich denn? Ich bin schon wieder so ein scheiß Stein. Hier ist doch die Fahrzeugstation. Moment. Oh. Hütten morgen. Ne, morgen. Jetzt geht's nämlich los. Hallo. Geh weg. Whoa. Einfach überfordern. Jetzt schnappt ihr das Ohrnam. Das erinnert mich irgendwie daran, warum ich überhaupt hierher kam. Ich habe eine Weile in Century. Da war Boxing-erbte pausenlos, dass ich für sie arbeiten, mich schminken und annehmen soll. Ich habe ihre ewige Nörgleis angenommen, um auf eigenen Beinen zu stehen. Außerdem fürchtete ich, dass Scooter sich in mich verknallt haben könnte. Was? Boah. Was? Bitte. Nur ein ganz kleines bisschen. Hä? Scooter ist doch dein Bruder. Ha. Latsch. Hat's gemacht. Ja, du Bixer, Alter. Latsch. Ein P-Kion. Oh. Hilfe. Oh, oh. Mew. Einfach überfordern. Hallo. Jetzt will ich mir mal so eine Skulptur angucken. Von der Ellie. Guck mal. Was sind unsere Lieblingskniffte hier, Hanni? Äh. Äh. Der Ellie. Äh. Äh. In dem Lager war ich auch noch nicht. Ich glaube, da kommt noch eine Mission. Hilfe. Boah. Hilfe. Kann nicht fahren. Geht's nicht weiter. Hä? Einfach der Straße folgen. Dumm hier, Baby. Wuhu. Hallo. Jetzt geht's los. Und jetzt geht's. Ich hab dich gar nicht ausrauben können, weil du fehlerhaft warst, du Scheißwechser. Da hinten. Probier das jetzt nochmal. Weiß drauf. Ja, warte ich ja gern, aber du bist Bucky. Probier's nochmal. Ah, das war wirklich ein Bug vorhin. Alter. Was ist das für ein Raketenwerfer? Den müssen wir ausprobieren. Da über 1000 Schaden und dann noch Korrosion dran, mein Lieblings. Bumm. Bumm. Komm her. Du Scheiß Matchbox. Bumm. 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 Komm und hilf mir, sie anzubringen. Boah. Hüte. 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 Fahr doch nicht weg. Du hässlicher. Boah, ist das ein Krieg hier. Deinen Arsch hole ich mir, du Wichser. Oh. Meine Karre ist gleich kaputt. Nee, lass mich jetzt. Verteil die Ornamente einfach rundum in der Garage. Der Land wird spürt zu haus hin, wenn wir die angebracht haben. Boah. Was ist denn mit dem? Meine Güte. Kam der ja ange... ...rollt. ...die Schloss drücken. Fort. ...die Leute werden das beim Reinkommen sehen und sagen, oh, das ist mein Favorit. Ich muss mir noch einen Kaffee machen bleiben. ...die Schloss drücken. Äh, hä. Ehrlich. Das da sieht gut aus. So, warte mal. Okay, die Tragätenwerfer behalten. Das ist Fakt. Aber wisst ihr was? Komm, die Raketenwerfer behalten. So, jetzt nicht verkaufen. Tut mir leid, ich habe einen Feuerstoß. Egal. Weg. Weg. Und den Launcher will ich dann unbedingt einmal zu probieren. So, da haben wir die blöde Nebenmission. Was kriegt man? Ach, defakt, jetzt pass auf. Explosion, Diebstahl und Innenausstattung. Was für ein Tag. Wegende Fahrzeuge. Nee. Alles klar bei mir. Keine neuen Jobs. Wie läuft es bei dir? Ganz gut, aber ich wollte hier noch auf dem Level. Gab es doch noch irgendwas. Ich bin sicher. Na gut. Nächste Nebenmission. Machen wir das mit den komischen Käfern hier. Wo muss ich denn da hin? Feine Güte. Wir hören es dir weit schon wieder. Einmal gucken, wo wir langfahren müssen. So. Außerhalb der Map, hä? Tundra. Ach, ich muss zum Tundra Express. Habe ich noch nicht entdeckt. Guck mal. Dann machen wir das mal. Wo ist denn hier Auto? Auto, Auto, Auto. Machen wir so Matchbox. Ah, ich will die Fässer werfen hier. Geil. Jetzt will ich den Raketenwerfer ausprobieren. Pass auf jetzt. Jetzt knallt es hier nämlich. Oh. Oh. Wie geil. Ich habe eine Herausforderung geschafft. Bin ich gut, oder was? Du bist die Beste. Ja, der ist halt relativ ungenau. Die Animation ist... Die Sounds sind der Hammer. Gut. War damit seinen Spaß, aber das Ding ist einfach... Wir haben auch zu wenig Aketen. Ich wollte mal ausprobieren. Verrufen wir dann. Genau, wo ist denn das Ding? Ah. Ich kann doch mal schon bis hier lang. Hier lang, ne? Ich wollte hier nicht gleich... Am Plätze zerstört den Vogel. Sehr gut. Den nehmen wir natürlich mit. Denn auch 9 Dollar sind 9 Dollar. Und deine Mutter ist deine Mutter. Geile Eintekwaffe. Ein neues Level. Drei Express. Oh. Ich muss mir ein Geilwehe machen. Sehr unruhig geschlafen heute. Und manchmal so. Was ist das wohl für ein Fieber, ey? Ja, wieder falsch geschrieben. PSF. Wenn du noch lebst, sehe ich zu, dass es so bleibt. Ja, ja. Da geht die Gesundheit runter. Wir kennen das schon. Wir verkaufen hier den ganzen Müll. Ja, mach ich. Okay, finde einen Markit. Nur einen. Ach. Ich weiß, wo wir sind. Hier kommt endlich meine allerbeste Freundin im ganzen Spiel. Peine Tina. Die ist so richtig durch. So wie ich. Die passt. Beste Frau. Da gibt es wieder was zu lachen. Haha. Ja. Mir dann. Hm. Hier hinten irgendwo ist die. Oh, hier kommt ja auch schon wieder die Hubschrauber, ne? Und hier muss man auf den Zug aufpassen, dass der eigentlich überfährt. So, und ihr müsst euch mal bitte verwandeln. Jetzt. Gut. Nun, viele betrachten diese Kreaturen als reines Kanonenfutter und haben keinen Blick für die bekannte Gestalt. Oh, großer Gott, das ist der Kiekehaft. Mach es tot. Mach es tot. Hä? Was ist denn? Oh. Oh, oh, oh. Hilfe, 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 Hilfe. Hilf mir doch. Ich bin doch noch so klein. Gehen sie doch weg. Jetzt habe ich wieder nur Säure, ne? Jetzt habe ich ein Problem. Scheiße. Ne. Bin ich denn? Ich habe nur Säure. Ich habe nur Säure. Das bringt überhaupt nichts. Ich muss kurz in die Stadt. Ne? Ne? Das habe ich ganz vergessen. Ich kann ja nicht nur mit Säure rumrennen. Sobald jemand resistent ist. Oh, das habe ich ganz vergessen. Na ja. Da war ich wieder mal so ein Scheißstein. Dann nehmen wir hier von unserer Moxie. Vielleicht mal für die Nebenaufgabe der römischen Pizza mit. Gute, dass er mich verlassen hat. Ich brauche mich nicht mehr. Hallo Moxie. Hallo Moxie. Na? Du hast zwei schöne, äh, Augen. Keine neuen Jobs. Schade. Ich sehe dir so gern bei der Arbeit zu. Hä? Du sollst doch irgendeine blöde Pizza mitnehmen. Schick mal. Hier. Mein Stalker hat meine Schwester gefressen. Gut, die Entflohenen finden aus irgendwelchen Gründen Pizza unniederstehlich. Du wirst sie damit herauslocken und dann töten. Tja. Weißt du, was ich da jetzt mache? Jetzt mache ich nochmal das Roboter-Level. Da looten wir halt ein bisschen. Da thrushen wir ja einfach mit den Waffen hier durch, ne? Ist egal. Wir haben Zeit. Das heißt aber, dass wir das schon mal aktivieren. Wo war'n das? Meine Güte. Hat Schutz vor... Oh Gott, da muss ich mich nochmal komplett durchimpfen. Warum? Äh. Gab's da keinen Wegpunkt? Echt jetzt? Da gab's keinen Wegpunkt? Egal. Wir machen das jetzt trotzdem. Bisschen. Leveln und looten. Ich brauch' milde andere Waffen hin. Ich will jetzt nicht unbedingt eine kaufen. Wir probieren's. Wir haben da Zeit. Das ist nun mal ein Rollenspiel. Rollenspiele. Ja. Ja. Hmm! Find an der Weg! Und von der oderсти! Äh, hier ist ne Quest? Also ist doch gut, dass wir hier... Du hast meinen KI-Kern herausgeschossen, ich brauche ein neues Gehäuse, es gibt einen kaputten Konstruktor im Platschottdam, setze mich in ihn ein und ich werde dich belohnen. Glaube ich nicht, du wirst ein Boss sein. Ich glaube nicht, dass du lieb bist. Das wird einfach nur ein Boss sein. Die verzieht auch nicht so beim Dauerfeuer, richtig gut die Waffe auch hier. Oh, da... Ja... Allee... Daneben! Ach komm, mein Kleiner! Ich hab' ich schwör'n, dass ich manchmal hier zu selten bin. So? Uh ja! Geil! Und so was kriegt im Wissenschaft- und Technikwettbewerb nur den dritten Preis? Richtig gut! Oh! Au! Au! Hatsch! Leider noch. Oh! Dann heilen wir uns nämlich auch. Na mein Freund! Jetzt find ich hier nur noch Korrosionszeug. Was ist denn das? Na? Ja! 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 Oh, da da da! Oh la. Es hat sich nicht verstanden. Ja, ist gut. Aber nicht gut genug. Ich bin jetzt Schweine. Oh. Nein. Oh. Der bessere Pistole wäre auch langsamer. Tunnel-Scheiß. Oh Gott, oh Gott. Oh geil. Ah, das sieht doch nach einer Feuerwaffe aus. Nö, Explosiv. Okay, da würde ich jetzt quasi... Die Pistole endlich mal weg. So. Guck mal. Die ist gleich nochmal stärker. Oh, ist die genau. Oh, richtig gut. Wie sieht es denn eigentlich aus? Wann schalte ich denn das hier mal frei? Ich will endlich vier Waffen mitschleppen. Das ist doch... Kackaboo. Weiß es nicht. Kommt der eine Boss jetzt hier wieder? Kommt der eine Boss jetzt hier wieder? Oh, die ist gut. Oh, die ist gut. Die ist richtig gut. Wird doch schön genau. Nein, tut es nicht. Oh, die ist gut. Oh, die ist gut. Hilfe, 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 Hilfe. Das ist ja richtig hart. Oh, die ist gut. 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 Die ist gut. Oh, die ist gut. Oh, die ist gut. Oh. Oh, die ist gut. Oh, die ist gut. Oh, die ist gut. Oh, die ist gut. Voll ins Gesicht. Was war denn das? Alter. Ohohoho. Wieder hier, Indio. Oh. Willst du dich abzahlen lassen? Nein, will ich nicht. Das war's. Das war's. Ohoho. Die Waffe ist so geil, Baby. Oh, Weihnachten. Jetzt knallt's. Pass auf. Oh, ne Schock. Aber die... Hm. Ne. Ich verkauf's so. Schön und gut mit dem Schock, aber genauigkeit und Schaden runter, ne. Das ist für mich kein Deal. Zeridium. Zeridium. 25.000 Fett. Wie hart ist das? Oh. 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 Vor deinem Schöpfer! Nein! Ich lasse es für dich! Vor allem, lass uns in Ruhe! Äh? Oh ja, der Dicke! Seid mal! Verstehst du? Nein, nein! Wir haben gleich wieder ein Level. Wie geil ist das? Lade fucking nach! Woah! Woah, schön, die Böbel ist aber hier! Hier ist mir zu ungenau. Aua! Ich will auf dem Mixer, halt. Ja, okay, genau. Lights up! Wusch! Wusch! Nein! Das ist gut. Das wird doch so nach Hilfe. Ja. Was? Du hast mir einen Salat gemacht. Was quatschen die denn? Ey, ich mach hier die Schimpfwörter. Nicht du. Nössliche Pistratze. Ach, Mann. Ich will jetzt looten. Das bringt ja kein Ende hier. Ich auch. Nein! Endlich! Ja. Moment. Ah! Ich habe einen Sniper aus, Mike. Aber... meh. Ich war ja Müll. Hallo! Easy, Baby! Oh, da! Ich will ab! Flatsch! Hattest du Macht mit dem Kopf? Höfen! Hallo! Sind wir bald mal da! Das nimmt kein Ende. Ist das geil, oder? Hier will ich rein! Wie kommt man denn hier rein? Keine Ahnung. Siehste, da machen wir wenigstens noch ein Level. Keine Gegner, Jogh? Keine Gegner, Jogh? No, weg! Sehr gut, Junge! Keine Ahnung, okay. Jawoll! Habt man alles schon, ne? Gut. Dann mache ich hier wieder eine Aufnahmepause. Und dann machen wir das Level nochmal durch. Ich hoffe, dass ich hier vielleicht noch ein paar Waffen finde. Wir kriegen auf jeden Fall Level 17. Und dann, ja, in die Nebenmission hier schließen wir ab. Das ist ein kömischen Lügenbot. Und ich muss mir einen Kaffee machen. Sonst trinkt. Bis gleich.